ja hallo da sind wir wieder wir sind hier in der untoten siedlung untot sieht es hier ehrlich gesagt nicht aus sondern eher tot und verholt ich glaube ich habe nur retter gefunden die eigentlich leben sollte ja was geht denn hier ab ich meine darf ich hier stürmen weil ich angegriffen okay wie gut dass ich die messer habe ja ich frage mich wie man mit outdoor im englisch daneben werfen kann moonwalk oder was das eigentlich exklusiv aber Oh, kommst du? Wo kommst du? Was jetzt? Okay, sind wir aufgestanden und der da moonwalkt zur Seite? Hallo? Ah, komm, nein, tief. Ich geh auf zum moonwalk, Mann. Komm her. Ah, komm. Komm, ich hab genug besser. Na, pass auf, Junge. Sind vielleicht Bombenfässer. Scheinen so. Wärme, das wollte ich nicht machen. Toll, ich traf dich. Ähm. Hm. Hm. Ich sehe da einen zum bekannten Reismittel. Ja, okay. Ja, okay. Ich schnau. Ich schnau. Hm. Ja. 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 Oh, das ist Mistgabel-Typen. Mal los, komm her. Mal los, 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 mal los. Ja, das wird der. Oh. Ha, okay. Okay, setzen wir das Gesicht. Die Person dort. Das ist so böse. Ähm. Was, 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 was? LOL. Was? LOL. Biss ich auf eine Gloanne? Auch. Okay. Hähähähähähähähähähähähähähähähähäh. Was ist das für ein Zauber oder keine Ahnung was die da macht? Ah, oh schaule Scheint eine Adelige gewesen zu sein Wegen dem Hals Schmuck Das war's, die gibt mir nichts Oh, 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 oh Oh, oh, oh So, wie viele Minuten? Ach, ich habe 10 Minuten, das ist super Okay, haben sie den Baum angefackelt Was ist denn denn? Esso Scherbe Dankeschön Ah, ich merke schon, das heilige Feuer Ah, alles klar Oh, oh, es sind zwei Wie kann ich eigentlich das Tier nochmal weg? Ich habe es vergessen Sollte vorsichtig sein 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 Da gibt's noch was Zu sammeln meine ich Blut, hey Okay Okay, dann macht jemand Shit ups Hallo, guter Mann Oh, das ist getroffen Verkohltes Kiefernhach Hmm Lecker Ah, hier haben wir einer mit der Stadtwache immer wieder Ja Okay, die roten schmecken Das sind Bomben Ach ja, deswegen sind die roten Okay, mach das Kommunisten oder Bomben schmeißer Ja, eins und beide Was ist hier? Auf jeden Fall Loot Oh Aha, ich wusste es Guten Morgen, Stallburschen Au, das war super Ja, Attacke gerollt Ey, das ist ja nervig Ey, das ist ja nervig Wer mit? Alter Oh mein Gott Ey, wie die mich fertig machen, ne? Ui 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 nachdem ich den Hut dort geschnappt habe irgendwie langweilig habe ich das gefühl wenn nichts so ist es eigentlich das ist eine lampche ich dachte das ist schon das nächste lagerfeuer große Seelein des verlorenen Leichnams gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuer? Nein! in der Nähe? Nein! da möchte ich mal noch nicht weiter ich möchte erst mal wieder Leben sammeln damit ich etwas weiter umschauen da oben ist der Typ ach schau mal auf dem Dach ein kleiner Spider-Man aber noch kein Lagerfeuer nein nein gut dann warte ich mal ich habe diese Typen auf dem Dach keine Ahnung Schurken jetzt muss ich auch da hin in diese Kathedrale dort hier war sonst nichts nein ok so verlassen sind die Typen wieder nein nein du Hunde auch halt ach werte Ach, wir können da bleiben So, dann war hier die Nachbarschaftspatrouille, ja genau Ach, da wollten Hinterhalt legen Okay, okay Hier war niemand Wow Da kommen kleine Kolumnen Okay Okay Das war mein Fehler, ich hatte keine Ausdauer mehr, Entschuldigung So, dann war da oben noch ein, genau Sag mal, ist das hier Blut, ist das Blut oder ist das... Download Ja, keine Ahnung Achja Jetzt ist die da wieder Wisst ihr was, ich gehe einfach mal nach rechts weiter Alles klar Oh Okay Ah Okay Ah Na Cookie Ah Ah Na Cookie Lol Man kann die Rollstunnen? Okay Hey Das ist ja mal das Neues, was ich vorher auch noch nicht gewusst habe Das ist ja mal das Neues, was ich vorher auch noch nicht gewusst habe Lol Ey Caramba 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 That isn't knappy Uh oh Oh Ui Uuuuum Wait, what? was ich weiß nicht ob ich da runter schon will was soll ich da unten wo komme ich denn wieder raus ich meine so geht einerseits da lang und hier lang hmmm ach komm ich habe nur noch eine Essentus na ich habe nur 3000 Seelen, ach komm what the fish wait what the fish fish schnell, töte das Missfall bevor das Eier legt wer bist du denn okay das lief ganz gut alter da gibt es noch welche die leben oder was okay zum Glück drücke ich immer hier anvisieren okay 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 aha ok okay dass wir die wischere schägel 3 oder 4 keine ahnung noch ein drei eh leute Oh, das ist ein verkohltes Kiefernhaar. Dankeschön. Äh, da war noch einer, ne? Ja, so geht auch. Große Seele eines verlorenen Leichnamens. Ja, ich hab den wiedergefunden. Sehr gut, finde ich. Okay. Wo ist es hier lang? Ah, da gehst du ja wieder raus, glaube ich. Dann gehen wir erst mal da runter. Nein, ich mach lieber die Tür erst mal auf Hallo, Schrottkatz. Ah, hallo, herein. Oh. Ah, ja. Sitzt da ein Schurke irgendwo oben? Nein. Nein, keine Überraschungen. Okay. Äh, 22 Minuten schon, laut der Uhr. Ähm, ich geh nochmal da unten rein und dann besuchen wir mal das Lagerfeuer, okay? Also, ich gehe hier hoch, um runter reinzukommen. Äh, allerdings ist da jemand, der auf mich warten könnte, der Hunger hätte. Okay. 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 Alles klar, Ghostbusters. Okay. Okay. Wait, what? Krieger des Sonnenlichts? Errungenschaft freigeschaltet. Eid, Krieger des Sonnenlichts! Oh! Ich würde dem Eid der Krieger des Sonnenlichts die Treue. Okay, was bringt mir das? Warum ist das hier? Ich kenne da so einen Typen. Soldat, glaube ich. Äh... Ostarkus 1 oder so? Sag mir nicht, da wurde ich hier gegessen oder so? Was ist das hier? Estorzuppe trinken? Nein, danke habe ich jetzt noch nicht für dich. Aber gut zu wissen. Eid, das soll... W-w-w-w-warum hier? Okay. Hallo? Ah, Schock, 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 Schock! Nein, zwei! Oh, das ist ein zwei! Oh! Nein, zwei! 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 Okay, bevor ich hier langgehe, es wird langsam Zeit, wirklich. Ich möchte die Folge jetzt beenden, dafür gehe ich zurück zum Lagerfeuer und ich sage schon mal ciao. Danke fürs Zuschauen, die Folge ist hoffentlich nicht zu lang geworden. Und auf Wiederhören, keine Ahnung, habt noch einen schönen Tag, auch wenn ihr jetzt vielleicht schlafen geht oder so, oder keine Ahnung, sind ja Ferien, glaube ich. Kommt drauf an, wenn das Video rauskommt. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und ciao. Ja. Wow, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte es da hin. Ja. Arme Kreyraben.